Links Gackerstuhl Links Gackerstuhl Links Gackerstuhl Links Gackerstuhl Links Gackerstuhl Links Gackerstuhl Link 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 Gackerstuhl Untertitelung im Auftrag des ZDF Das ist gemütlich. Das habe ich verstanden. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der ist so wie ein Schirm-Aufleken. Schirmkjön hat sich die Freimshäber und ich schlöke mich unter. Schöke geht's auf, Schöke und sie geht in und geht's in die Höhung. Es ist die Höhung. Geht's gut. Schöke auf die Höhung. Schöke auf die Höhung. Schirmkjön-Aufleken. Bravon! Das ist so, was man sagt. Bravo! So, Darmregel. Bremsen kannst du schön annehmen. Ich habe die Machenhang, schön gemütlich. Wenn es geht, ist gut. Wenn es nicht geht, gehen wir um die Vögel. Dann kommst du nächstes Mal in die Dörfer rein. Dann mehr Richtung Fluss stellen. Sehr schön. Sehr schön. Gut. So, hier fliegen. Perfekt, super, bravo. Du musst nachgelassen, dann startet er um mich. Richtig anbreissen. Schön, Hitzgewiss bringst du keinen. Aber so war es ein verlandiges Super. Ich bin ein wenig. Ich habe ihn schon ganz sicher. Ich bin ein wenig. Es ist nicht so, ich bin ein wenig. Ich habe ihn jetzt nicht so. Ich bin ein wenig. Und nicht zu fressen die Bremsen, musst du den Punkt angucken, gegen den Punkt angucken mit Timo. So, dann musst du mehr oder weniger bremsen. Gut, langen Hände hoch. So schön, das kurz Gas geben. Bremsen. Also, du musst gucken. Und Bremse etwas hoch, Hände hoch. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. Jetzt musst du den Punkt angucken. Jetzt musst du den Punkt angucken. Stark. Ich gehe jetzt hoch, als ich bin nackert, bis ich halte. Bremsen, weiter laufen, weiter laufen. Und dann ist es noch. Und dann ist es noch. Und dann ist es noch. Jetzt geht's noch. Bremse. 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 Vielen Dank.